Sous-titrage Société Radio-Canada Der Heilige war ein Bischof. Er hat im vierten Jahrhundert gelebt. Er hat ein Wunder gemacht. Es ist eine grössige Geschichte. Drei Kinder wurden von einem Metzger umgebracht. Zum Glück hat es der Sonne nicht gelöst können. Der Sonne kommt zu den Kindern heim. Wenn die Kinder brav waren, bekämen es ein Geschenker. Wenn die Kinder brav waren, bekämen es nicht. Der Sonne kommt nicht allein. Er ist von einem Mann begleitet, der weniger symbolisch ist. Man nennt ihn den Rüppels. Da hat er ein Päitsch und geht bis an Kinderstrophen. Am Mai vom 5. Dezember gibt es ein besonder Essen. Schokoladenkoffee. Das ist Wormameller mit Schokoladen. Manala, Schnakala, Labküara. Vocabulaire. Dr Labküara, D Labküara, Slabkiharla. D'orangea, D'orangea. Smandarin, Dmandarin, Smandarinla. D'nusa, D'nusa, Snisla. Nisla, en fait, c'est plutôt une noisette. D'dottla, D'dottla. Skchank, D'kchanker, Skchankla. T'paicha, T'paicha. Manala, c'est un mot dérivé de Mon, Om. Drmon, Tmanr, Smandla. Smandla, c'est la forme petite de Mon. Si on ajoute une nuance de tendresse, dans un sens petit et mignon, Manala devient Manala. C'est pareil pour Schnakala. C'est un mot dérivé de Schnak, escargot. Drchnak, Tsnaka, Schnakla. Schnakla, c'est la forme petite de Schnak. Si on ajoute une nuance de tendresse, dans un sens petit et mignon, Schnakla devient Schnakala. Pour les brioches qu'on mange à la Saint-Nicolas, on peut dire comme on veut. Manala, Schnakla, ou Manala, Schnakala. Petit exercice. Connaissez-vous les mots correspondants aux images qui vont s'afficher? T'noussa, t'noussa, snisla. T'orange, t'orange. T'orange, t'orange. T'orange, t'orange. T'orange, t'orange. Wir sehen uns beim nächsten Mal. La prochaine fois, on verra comment exprimer certaines nuances dans le langage. Il y a des trucs typiquement alsacien. Bis zum nächsten Mal, Stammul. Moros Kürt.